Nächster Halt, Dorsten. Dieser Zug endet dort. Alle Fahrgäste werden gebeten, auszusteigen. Sie haben Anschluss in Richtung Essen, Borken, Duisburg und Wannerheikel. Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns, Sie bald wieder in einem Zug der Nordwestbahn begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Herzlich Willkommen in der Nordwestbahn. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Harvest Dorsten. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Wulfen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Lennbeck. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Regen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Maria Fehn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Coesfeld. Dieser Zug endet dort. Alle Fahrgäste werden gebeten, auszusteigen. Sie haben Anschluss in Richtung Gronau, Münster und Dortmund. Wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns, Sie bald wieder in einem Zug der Nordwestbahn begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.